Hallo und willkommen zurück zu live in the woods. Ich habe jetzt gerade mal ein bisschen Holz getestet und also was wie aussieht so passend zum Raum und jetzt müsste ich mich langsam mal doch entscheiden was ich hier an die Wände ranzimme. Ich werde dann vielleicht noch ein bisschen so Richtung Decke was Verzierendes machen, aber es ist erstmal so zum Farbvergleich mit dem Roten. Also die beiden werde ich erstmal weg machen, weil das Rot mache ich nicht. Das sieht ja ganz aus wie hier sonst sowas für ein Gebäude. Und den Fußboden dort an den Wänden, das finde ich jetzt auch nicht so toll. Ich habe jetzt so das Markante für den Fußboden eben dieses Hellerholz genommen und da will ich jetzt nicht noch mehr davon nehmen. Was hier oben vielleicht, das ist aber wieder die Frage, also das hier sieht schon interessant aus. Die Frage ist, ob das jetzt zu der Art von Gebäude passen würde. Ich meine, es ist ja mehr so Art Kellergewölbe für eben sowas, wo Farmen drüber sind und sowas. Es ist ja mehr so Lagerkeller und so. Von daher würde das schon ein bisschen passen, aber ob das jetzt ja so im Wohnbereich wohnlich dann aussieht, ist die andere Frage. Also wenn, dann würde ich das vielleicht in dem Zimmer hier, wo das Lager und so ist, nehmen und hier Richtung vorne und dann hier irgendwas anderes. Und dann das, was ich letzte Folge gezeigt habe, dieses mit den Carpenter-Blocks, dass ich hier sozusagen eine Art Tapete dran mache oder eben hier, dass dort eben was anderes dran ist. Welches Holz würde denn noch für den... Das hier sieht zum Beispiel schön warm aus, finde ich. Das ist schön warmes Holz. Das könnte man da vielleicht nehmen, denke ich. Das ist helles, zu... Naja, das gefällt mir nicht. Ich mag hier oben dann nicht ganz so helles. Deswegen habe ich das ja auch am Fußboden. Also das ist auf jeden Fall die engere Auswahl. Das ist mir auch zu dunkel. Für den Bodenbereich und so. Das ist mir... Ah, gefällt mir einfach auch erstmal nicht. Das ist mir zu nah am Fußboden dran. Also von der Farbgebung her. Das gibt so komische Streifen, glaube ich. Ich probiere mal kurz, zwei Blöcke davon zu nehmen und daneben zu setzen. Ähm... Wie das aussieht... Ah, die Streifen gefallen mir nicht so, denke ich. Das heißt, das werde ich auch nicht nehmen. Das heißt, es bleiben im Endeffekt die beiden übrig. Und man könnte es ja wirklich so machen, wenn ich jetzt die beiden habe, das hier, äh, hier im Lagerbereich nehmen und für den Gang und die Wohnräume dieses Holz nehmen. Was halten wir davon? Das ist dann auch... Vielleicht schön wärmer, wohnlicher. Ich muss mir nur überlegen, was für eine Farbe ich dann das hier mache. Ob ich das dann in der Farbe oder in der Farbgebung halte. Wenn ich das in der Farbgebung halte, dann würde ich sozusagen nur das Lager mit der... richtig grünen... mit diesem grünen Holz nehmen. Was ist das jetzt für ein Holz? Willow Wood. Also diese... Weiden da, die Trauerweiden. Ähm... Das hier. Haben wir Setzlinge davon? Willow Sapling. Ich würde einfach mal ein paar anpflanzen. Also das würde ich auf jeden Fall hier fürs Lager erst mal nehmen. Gehe ich mal ein paar anpflanzen. Und was ich mir noch überlegen muss, ist, äh... Das hier ist ja Außendreckwand, sozusagen. Da müsste ich irgendwie... Wenn ich das jetzt hier hinsetze, muss ich außen noch mehr so hügelartig drüber setzen. Oder ich baue hier das Haus ein bisschen nach dort aus. Das wäre wahrscheinlich die andere Möglichkeit, weil ich dann auch den Zaun umsetzen müsste. Also das Gras wächst hier wirklich definitiv irgendwie auch wild weiter. Wenn's nur langsam ist, aber es wächst wild. Gut, also pflanzen wir erstmal ein paar Bäume. Kann man hier mehrere nebeneinander pflanzen? So einen Pirapack? Probieren. Hab ich Bohnen hier? Ne. Ich lass mal kurz stehen. Gucken, vielleicht wächst es von alleine. Und ansonsten... Mache ich hier nochmal eine hin. Und hier nochmal eine. Und dann gucken wir mal nach dort unten hin. Ich hab übrigens jetzt hier unten... ...diese Begrenzung für Dorfbewohner nicht raus und Zombie nicht reinlassen. Weiter hinter gesetzt. Und ein bisschen umgebaut. Eigentlich müsste das so sein. Denn so kommt keiner rein und raus. Egal von welcher Seite. Na gut, ich könnte jetzt hiermit kompliziert hier rüberspringen und so. Aber die Dorfbewohner können das ja nicht. Genauso die Zombies auch nicht. Dort können sie nicht hochspringen. Und dort würden sie auch so ein Glück brauchen. Die könnten von dort herunterspringen. Glaub ich machen sie aber nicht. Sicherheitshalber könnte ich ja das so... Was ist das Holz? Könnte sein. Ist das ganz normales Ockholz? Ja. Ich dachte eigentlich, das ist so anders Holz. Ne, das ist nicht ganz normales Ockholz. Ja, das ist... Ne. Äh, so kommen sie jetzt schwerer hier rein. Nein, und diese Falltür ist das Lustige. Von hier aus kommt man nicht hochgesprungen. Aber sobald man sie hochklappt, kann man auf diesen rand springen und dann hochspringen. Dann kann man sich hinter sich wieder zuklappen. Und dann kann kein Dorfbewohner hier rüber und kein Zombie hier rüber. Die müsste ich eigentlich auf der anderen Seite auch nochmal einsetzen. So, ich wollte sowieso Bone Meal jetzt holen. Äh, Holz. Holz, 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 Holz. Ne, was wollte ich jetzt? Achso, ne Klappe Holzkrams. Klappe. Und Bone Meal ist wahrscheinlich bei Farbstoffen drin. Ja, das reicht erstmal, denke ich. So. So klappen und hier das gleiche machen. Genau. Und hier dürfte man theoretisch nicht darüber springen können. So, mal schauen, ob die dort wachsen. Ich hätte mir mehr Inventarplatz mitnehmen sollen vielleicht. Was, man kann sich Inventarplatz mitnehmen? Na klar. Geht alles. So. Schauen wir mal. Ups. Also, die wachsen doch nur im Einerpack. Der ist ja sofort gewachsen. Interessant. Komm nicht. Wann geht der hier mit zu wachsen? Der wächst auch sofort. Cool. Die sehen aber toll aus, finde ich. So, das Problem ist jetzt nur, erstens, dass die nicht ganz so viel Holz geben. Und zweitens, dass ich nicht bis oben hin rankomme. Reicht das schon? Nein. Sind die immer gleich hoch? Wo ist denn ein anderer? Wo ist denn der andere? Warum habe ich eigentlich Spitzhacke und Schippe vertauscht? Die lag auch noch Holz. Genau. Die haben auch einen riesen Blattwerkhaufen. Alles erwischt. Sehr schön. Ist das hier alles, die spawnt ist? Das ganze Blattwerk dauert es eine Weile. Pupp. Nächster. Von hier aus komme ich doch gleich ein. Wir werden dann auch, wenn ich jetzt die Wände ein bisschen verkleidet habe und so, werden wir auch mal wieder eine kleine Tour machen. Ich habe jetzt viel zu lange mit Bauen mich beschäftigt und den Abenteueraspekt, den ich hier ja eigentlich verfolge, gar nicht so mit mehr, naja, einbezogen, sag ich mal. Wollen wir auf jeden Fall jetzt mal wieder in der nächsten Folge, schätze ich mal, schon nochmal wieder ein bisschen durch die Gegend reisen. Aber hier gibt es gut Zepplings aus den Dingern. Könnte man bestimmt dann einiges anstellen. Hier muss ich mich sehr hoch bauen. Der sieht sehr hoch aus. Da kriegt man wirklich aus einem Baum gefühlte 10 Zepplings oder so wahrscheinlich. Oder wahrscheinlich sogar noch mehr, wenn ich mir angucke, wie viel Blattwerk hier noch steht von den Bäumen. Ja, gleich wird es nachts. Wie viel Holz habe ich? 45? 46? Ja, also was hier an Zepplingen rauskommt, das ist vorhanden. Und wenigstens sind die auch nicht verzweigt irgendwie. Das ist auch ein Vorteil. Also das Holz lässt sich schon recht gut abernten, finde ich. Interessant, dass auch das Blattwerk bis hier runter auf den Boden wächst. Überall ist Hepplings. Die Sonne blendet. Die Abendsonne. Innenbaum machen wir noch. Ja, der ist nicht so groß, der geht. Den kriege ich so. So, jetzt haben wir 53 Holz. Das heißt, 212 Schränks. Die müssten für die Wände zumindest reichen. Ich müsste mal schauen, was ich mit der Decke mache. Ich muss dann mal schauen, was ich mit der Decke mache. So, das muss alles erstmal despawnen. Das ganze Blattwerk hier. Sind das da unterschiedliche... Was ist das? Irgendwo habe ich gerade gedacht, dass... Das war... Ach ne, ist ein anderer Baum da hinten. Ist ein anderer Baum. Okay. Kann ich schon liegen? Ja. Sehr schön. Machen wir mal wieder Tag. Bevor ich irgendwas spawnen kann. Dann fährt geht's gut. Den muss ich auch mal wieder in Pferdestalle bauen. Wie gesagt, dann müsste ich mal das Haus vielleicht noch ein Stück nach außen ausbauen. Dann würde das hier sicherlich besser gehen. Dann könnte ich das nämlich auch Kabisten... Wenn ich nur eine nach außen setze, könnte ich das Kabisten nutzen. Ist das auch? Ja, das war auch. Hm. Zwei nach außen setzen, fand ich nix. Vielleicht kann ich auch einen Anbau machen. Fenster sind ja allgemein ein bisschen klein. Na, vielleicht überarbeite ich das ganze Haus mal ein bisschen. Jetzt wäre ich hier doch plötzlich kreativ. Mann, hätte ich nie gedacht. Dass ich mal hier wirklich Lust habe, richtig was zu bauen. So entdeckt man dann neue... Leidenschaften zum Bauen. So, soll ich jetzt warten, bis hier alles diesbauen ist? Wir haben schon fast ein Stack von Saplings. Da ist noch einer. Gut, dann werde ich jetzt erstmal unten anfangen, die Wände zu setzen. Schauen wir mal, wie viel wir dann haben. Schüppeln jetzt auch bald alle, aber das geht noch. Für die Wände müsste es noch reichen, wenn nicht, dann mache ich halt eine neue. Ach, jetzt werden ja erstmal die Kerzen alle runtergehauen, glaube ich. Mal gucken. Ich muss dann mal ganz kurz vergleichen, wie das aussieht, wenn man an die Carpenter-Blöcke dieses Holz ransetzt. Ob das heller wird, dunkler wird, oder wie das dann aussieht. Weil manchmal sieht das ja dann anders aus. Haben wir ja vorhin gesehen. Okay, muss ich an. Na ja, dann komme ich besser ran. So, dann bevor ich jetzt das Holz setze, erstmal die Kerzen alle neu setzen. Welche Farbe an Wachskerzen würde denn dann passen für so einen grün-roten Raum? Kontrast halten oder anpassen? Vielleicht rote Kerzen an die grünen Wände setzen, so ab und zu? Das würde vielleicht sogar lustig aussehen. Hm, doch, ich kann mir vorstellen, das würde gehen. Rote Kerzen an den grünen Wänden, die sozusagen zum roten Rand unten passen. Und dann bei den braunen Wänden dort, äh, im Wohnraumbereich, könnte man dann eventuell, äh, also rote Kerzen an den grünen Wänden und dort nicht unbedingt rot, weil das ist zu wenig Kontrast mit dem braunen. Da vielleicht dann helle Kerzen, die so Richtung Boden gehen. Aber die sind dann auch wieder so teilweise braunen. Da muss ich irgendwas nehmen, was mit dem braunen auch noch einen gewissen, äh, komplementär Kontrast bildet. Die muss nicht weg. Doch. Den innenraum, obwohl den innenraum mach ich nur drei hoch, schätze ich mal. Kann ich nicht ganz so hoch machen. Wenn da irgendwo was fehlt, kann ich's ja immer noch wegmachen. Dann hat der noch. Werkzeug. So, schütteln. Kerzen neue setzen. An den Rennen annehmen. Leuchten die durch die Kisten durch? Ich vermute. Das ist erstmal nur so. So, den Dreck wegschütteln. Hier ist bis hoch vier Felder hoch, oder? Eins, zwei, drei, vier, ja. Schauen wir mal, wie das aussieht. Ich meine, kann sein, dass ihr einen ganz anderen Geschmack habt, dass euch das überhaupt nicht gefällt, was ich hier mache. Aber das ist ja immer so der halbe Sprecker. Übergeschmack lässt sich ja nicht streiten. Jeder hat so seine eigenen Vorlieben und Gedanken. Ihr könnt auch gerne selbst mal live und so jetzt ausprobieren und dort alle möglichen Sachen durchtesten, die noch so möglich sind. Aber für die drei Dreckblöcke nehme ich jetzt keine neue Schippe. So, wie mache ich das jetzt hier auf der Ecke? Ähm, wäre ich dann überlegen. Also, den Streifen. Und den Streifen. Und jetzt dasselbe hier machen, damit ich noch leichter überall herankomme. Deswegen mache ich das erstmal oben und dann unten. Mehr Holz. Und dann werden wir mal sehen, wie das hier aussieht. Dann müsste das so ein bisschen mosig runtergekommen aussehen, aber das ist fast Absicht. Weil ich möchte schon, dass das hier wirklich wie ein Lagerraum aussieht, auch ein bisschen. Das ist hier eigentlich nicht ganz. Das ist interessant, dass hier die Sonne reinblendet, obwohl wir hier unter der Tage sind, sozusagen. Schon interessant. Hab ich jetzt alle erwischt? Ich vermute schon. Keine Ahnung. Mehr Holz. Na, ob ich vielleicht doch noch mehr brauche? Hier eine Kerze rein. Und eine Kerze. Also ihr merkt, ich mache auf Kamera gar nicht so viel, außer die eine, zwei Folgen, die ich bisher gemacht habe. Das ist halt hauptsächlich, wenn ich mehr überlege, als das ich mache, und ich jetzt nicht unbedingt euch mit meinen Überlegungen in Langweilen will, dann sieht das so aus, wie, dass ich da was rausschneide oder so. Das ist wirklich eigentlich nicht großartig viel. So, wie mache ich das jetzt hier? Da muss ich jetzt wegen den Carpenter-Blocks überlegen, welche Seite ich dann sozusagen tapeziere. Da ich auf der rechten Seite jetzt hier erstmal bis zum Rand gemacht habe, werde ich das hier auch erstmal machen und die andere Seite sozusagen tapezieren. Na, guck mal, einer, schau. Das Holz hat genau gereicht. Wie bemessen, wie berechnet, äh, wie abgemessen. So, und jetzt hier oben noch die Deckel. Hm, 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 hm. Das sieht interessant aus. Ja. Was mache ich jetzt an die Deckel? Wenn ich da dieses Holz nehme? Jetzt testen irgendwo. Hier ist schon die beste Ecke zum Testen. Dieses, was mir ursprünglich nicht gefallen hat, wegen den Streifen, aber an der Decke würde es vielleicht sogar gehen. Hm, weil es ja eine andere Textur hat, dann ist wenigstens... Sag mal, wieso kann man manchmal die Blöcke nicht setzen? Hm. Hm. Oder ich mache an der Decke kein Holz. Sondern irgendwas anderes. Ähm, mal kurz in die Deckel-Böcke-Box reinschauen. Was halten wir davon, wenn wir die Decke sozusagen einfarbig ausgefärbten... Oder was halten wir das? Wie sieht denn das aus? Kalk. Huh. Das sieht auch so ein bisschen schmutzig aus, aber schon relativ weiß. Und da das Lagerräume sind, würde das vielleicht sogar gehen. Da muss ich noch mehr holen hier irgendwo. Huh, ich könnte hier oben stehen. Wie habe ich das gerade gemacht? Keine Ahnung. Hm, das war falsch. Was sagen wir denn dazu? Wieso kann man jetzt hier nicht setzen? Wenn so die Decken hauen, die sieht doch ein bisschen langweilig aus, oder? Auf jeden Fall... Ah, nicht so toll. Ich mache es... Ich überlege mir noch was. Ich überlege mir da was. Das passt doch nicht so toll, wie ich es gehofft habe. Ah, jetzt sowas langweilig ist wie Cableston, will ich da auch nicht sehen. Deswegen... Werde ich mir, wie gesagt, noch was überlegen, und dann machen wir das. Also, das mache ich jetzt noch nicht. So, ist schon wieder Nacht. Dann gehe ich mal schnell hoch schlafen. Und dann werde ich jetzt mein Inventar ausräumen. Und nächste Folge gehen wir dann mal wieder auf Abenteuer rein, so würde ich sagen. Ach, hier muss ja dann mit den Karten-Dublocks gearbeitet werden. Wollte ich mal schauen, wie ich das mache. Ah, das mache ich jetzt noch schnell. Äh, Holz. Wir brauchen jede Menge Holz. Dann nehmen wir erst mal das Oakwood-Holz. Oh, wir müssen erst mal... Ich muss erst mal das ganze andere Holz wieder reinwägen. Oakwood. Oakwood. Oakwood war das hier. Oakwood war das hier. Oakwood ist das hier. Oakwood haben wir alles verbraucht. Und das ist auch so ein spezielles Holz, was eben keine Suchform hat. Und das tote Holz kann man nur scheinbar zum Verbrennen benutzen. Ansonsten gucke ich nochmal nach, ob es da noch irgendeine andere Funktion für gibt. Setzlinge. Hatten wir davon schon? Aber das wird nur, glaube ich, anderes Holz geworden sein. Ähm, ausleeren wollte ich. Ach so, ich wollte jetzt erst mal Holz hier machen. Schon wieder vergessen. Holz Krams. Da kommt das jetzt erst mal rein. Und aus Holz. Wir brauchen erst mal eine ganze Menge, vermute ich. So. Workbench haben wir hier jede Menge überall verteilt. Das war so und so. Und so. So. Mist. Jetzt haut es nicht mehr hin. Fast. So, jetzt haut es wieder hin. So, da haben wir erst mal jede Menge Carpenters-Blocks. Blöcke. Gelumpe. Vielleicht brauchen wir die noch öfter. Und jetzt schauen wir mal kurz, wie das dann aussieht. Ob das eine andere Farbe hat. Jeweils als Tapete oder als normal angesetzte Farbe. Ah, mein Werkzeug geht auch alles kaputt. Ah, dann testen wir mal kurz so. Ich mach auch kein Geräusch, wenn man das jetzt setzt. Das ist ungewohnt. So. Wenn man jetzt, äh, das Holz hier reinsetzt, dann sind die dunkler. Hm, und wenn man das an anderes Holz reinsetzt, dann sind die immer noch dunkler. Wenn man das an anderes Holz reinsetzt, oder an andere Sachen, sind die immer noch dunkler. Wie kann man das machen? Wie kann man das machen? Hm, fliegt das nicht vorhin viel schneller? Ach, das liegt daran, was für ein Block hier drinnen ist. Das heißt, wenn das hier drinnen ist, dann gehen sie ganz schnell abzubauen. So, wie halt das normale Kalkzeug. Diesen scheinbar mit allem relativ schnell abzubauen. Aha. Wenn wir die ganze Wand so machen würden, dann könnte die auch dunkler aussehen. Dann wäre es ja fast nicht so schlimm. Wobei ich dann wahrscheinlich... Wie mach ich denn das? Hm. Wie mach ich das jetzt? Die sind ein bisschen heller, wenn man sie als Tapete reinsetzt. Hm. Ich hab mich so an wie so ein Dorfpumoner. Hm. Ähm. Das raus, das rein. Vorher brauchen wir noch zwei Stöcke. So, machen wir uns eine Axt. Dann eine Schuppe. So, jetzt bauen wir mal die ganzen Dinger wieder hier ab. Ach, die gehen ja mit der Axt hier. Muss man ja vorsichtig sein, fast. So, wenn ich jetzt äh... So, wenn ich jetzt äh... Ich wollte dieses Holz... Was ist das eigentlich für ein Holz? Dieses Holz nehmen für die... ...Innen-Gestaltung... ...Dschungel. Für die Innengestaltung dieser Wand. Wenn ich jetzt also... Muss ich nochmal setzen? So, dieses Dschungelholzzeug... ...nehme... ...und das jetzt hier ansitze. Dann ist das aber vermutlich auch wieder dunkler als normal. Ja, das sieht dunkler aus. Ups. Ach. Die muss ich jetzt wieder komplett wegreißen, oder? Ja, die gehen dann komplett weg. So. So. Einsetzen. Einsetzen. Und jetzt setzen wir da an den... ...Diereszeug. Als Tapete. Hm, hm, ja. Könnte man erst mal so lassen. Habe ich da gerade jemanden Schmerzen erleiden hören? Wieso ist der draußen Holz? Oh, es ist doch mal Zuckerrohr gewachsen, sehe ich gerade. Ganz seltener Anblick. Das ist eigentlich der andere Dorfbewohner. Ach, hier unten. Eigentlich gesehen. Gut, äh... Das würde dann so aussehen. Könnte man ja lassen. Wenn ich das jetzt hier auch machen würde... Dann hätte man zumindest in der Himmelsrichtung sozusagen die Wände alle mit dem dunkleren grünen Holz hier. Wäre jetzt gar nicht so falsch, würde ich fast behaupten. Machen wir das hier. Hm. Carpenters-Blocks haben ja nicht nur den Vorteil, dass man damit, äh... so farblich, äh, unterschiedlich gestalten kann. Das wäre ja langweilig. Die haben auch noch viele andere Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel damit so richtiges Schrägtach machen und andere tolle Sachen. Warum mache ich das jetzt eigentlich so? Mit Dschungelhut? Ich brauchte doch nur den Rand hier nehmen. Ne, egal. Ich meine, ich muss eh jetzt Carpenters-Blocks hier verteilen. Weil, wenn ich es als Tapete machen will, dann muss ich schon alles als Tapete machen. Von daher. Was passiert eigentlich? Naja, gut, egal. So, und jetzt hätte man auf beiden Seiten hier sozusagen die Tapete dran und hätte aber hier schon das Dschungelholz. Die Dschungelholz-Optik. Wenn das hier wieder heller ist. Gott, wird das dunkel. Das ist ja nicht normal. Das ist ja beinahe zu dunkel wiederum. Ich wollte es doch gar nicht zu dunkel haben. Na, oder wir machen die Inneneinrichtung halt zu dunkel. Das heißt, wir machen überall Carpenter-Blöcke hin. Oh, dann gab es hier noch ein anderes dunkles Holz. Na gut, das Brucefurt. Aber das ist ja wieder ein anderes, oder? Ja, das ist wieder ein anderes. Noch ein dunkles Holz. So dunkel ist gar kein Holz mehr. Hm. Mal kurz was testen. Mann, hier rein, das... Warte mal, wie sieht das aus? Wieso wird das so dunkel? Das ist ja Wahnsinn. Das Brucefurt wird noch dunkler. Oh Gott, das will man. Mann, Mann, Mann. Ach, deswegen lag oben Holz, weil das hier sozusagen so komisch weggeflogen ist. Das ist ja wie Bilderrahmen. Die fliegen ja sonst da wie weit. Na, dann machen wir eben überall die Carpenter-Blöcke. Das werde ich jetzt auf Kamera wirklich machen, weil das ist jetzt nicht so interessant für euch. Und dann nächste Folge werde ich mich dann schon für die nächste Folge ausrüsten für eine Entdeckungs- oder Höhlen-Tour. Ich entscheide mich dann und dann werden wir mal wieder eine kleine Tour machen, ein bisschen abenteuermäßig. Ja. Ich mache mir dann ein neues Schießeisen und so. Oh, das müsste fast noch reichen. Ja. Und dann machen wir mal eine kleine Runde wieder. Wahrscheinlich in der Höhle. Wir brauchen Diamanten. Endlich mal. Gut, also sage ich mal tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.